Jo, halt zurück zu Cyberpunk. Wir gucken mal hier, Takemura hat mich angerufen und jetzt dachte ich, äh, traf ich ihn mal. Gucken, was Sache ist. Und Unruhen zerschlägt man mit Leuten, die nicht deinen Namen auf der Stirn tragen. Ah, der ist du ja. So, was ist los? Ein bisschen quatschen. Wieso? Was tun wir hier? Das Herr Förstenwald. Mhm, man hat ja Connections. Mhm. Die da wären. Ein Mörder. Die Ironie macht mich krank. Äh. Yorinobu ist ein schlaues Kerlchen. Die Parade soll seine Bindung zu Arasaka und seinen Werten unterstreichen. Und nebenbei seine Position stärken. Er ist durchtrieben. Das gebe ich zu. Japanische Tradition ist nur ein Aspekt. Yorinobu will auch seine Macht demonstrieren. Die Festwagen werden schön sein. Aber ein geschultes Auge wird darin eine geheime Botschaft an seine Feinde erkennen. Ach ja? Und die lautet? Ich bin hier. Kumindomo. Passt lieber auf. Nicht gerade subtil, oder? Ich verstehe immer noch nicht, was uns das bringen soll. Mir ist etwas eingefallen. Sieh nach oben. Ja? Die Dashi-Fragen kommen genau hier lang. Mhm. Wenn ich irgendwie auf Hana-Kosamas Wagen käme, würde ich unter vier Augen mit dir reden. Und wie? Na, wenn nämlich springe. Alter, nicht schlecht. Das kriegst du nie hin, Goro. Das könntest du nicht mal, wenn du noch all deine Implantate hättest. Moment, wie? Nicht so voreilig. Während du krumme Geschäfte gemacht hast, habe ich mehr über die Festwagen erfahren. Sie haben alle am selben Ort aufbewahrt. Im Arasaka Industriepark. Dort bereiten sie sie vor. Wir müssen dort einbrechen, den richtigen Wagen finden und sein System mit einem Virus infizieren. Dann kannst du die gesamte Security deaktivieren. kurz bevor ich hineinspringe. Viele Möglichkeiten, das durchzuziehen. Dafür brauche ich... Ich weiß, was du brauchst. Ist schon erledigt. Ich habe einen infizierten Spritter. Der war nicht billig, aber der Verkäufer meinte, er wird garantiert funktionieren. Alles klar. Es gibt noch was zu besprechen. Mhm. Der Wagen zu Karpane ist eine Sache. Aber die Security macht mir Sorgen. Besonders die Scharfschützen. Ich werde ein leichtes Ziel sein. Aber ich könnte die Lösung haben. Okada erwähnt die Stadtkammeras. Wenn wir sie hacken können, sehen wir genau, wo sich die Schützen befinden. Du kümmerst dich um sich. Ok. Guter Plan. Du bist einfach so einverstanden. Das Risiko ist hoch. Ja. Naja. Ich gewöhne mich langsam dran. Und nun? Was sagst du zu einem kleinen Testlauf mit dem Spritter? Der Kamerakontrollraum ist vor uns. Du musst nur darauf zugreifen und das Netzwerk infizieren. Mhm. Und in der Zwischenzeit machst du was? Ein Bierchen zischen? Während der Arbeit rühre ich keinen Alkohol an. Ich passe auf dich auf. Na los. Sehr gut. Ok. Wir haben keine Zeitung, der Leon P. Hier heißt der Juret. Muss ich irgendwo rein oder was? Achso. Ich dachte, es wäre der... Achso. Entschuldigung. Ok. Das zum Thema Klettern. Komm. Not too bad. Das war einfach. Was soll man sonst noch hier rumflattern? Wasch und Becher. Easy. Das System hört auf uns. Der Splitter funktioniert. Gut. Das war der leichte Teil. In den Arasaka Industriepark einzubrechen, wird nicht ganz so einfach. Aber bevor wir dazu kommen... Erstmal ein Süppchen. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Gib mir das Beste, was du hast. Heute empfehle ich die Jaktur. Irgendwas, das nicht von hier ist. Bitte. Wir sehen uns morgen. Jetzt entspannt hier was essen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber dieser Sarker-Scheißer könnte nützlich sein. Er ist wie ein abgerichteter Hund. Der braucht nur Befehle. Und wenn er seinen Teil erledigt hat, machen wir ihn kalt. Hm. Chill mal, Johnny. Für dich ist er Sarker-Abschaum, ich weiß. Aber Goro ist kein schlechter Kerl. Kein schlechter Kerl? Er war Saburo Arasakesichts Leibwächter. Meinst du, er hatte den Job wegen seiner schönen Augen? Ah, wer weiß. Was ist das? Jaktori. Schmeckt ihm nicht, he? Ich habe alles durchgebracht. Erstens, wir brechen im Arasaka Industriepark ein und hacken Hanak Osamas Festwagen. Zweitens, mit meiner Hilfe eliminierst du die Scharfschützer auf der Parade. Viertens, ich springe in den Wagen. Viertens, ich sage Hanak Osama die Wahrheit. Hm. Na ja, klingt nach Selbstmord. Aber ich habe schon Schlimmeres durch. Was gibt es Schlimmeres, als Arasaka zu beklauen? Nein, das nicht. Damit habe ich die Latte aber auch echt hochgelegt. Und nun trennen wir uns. Aufklärung ist erforderlich. Ich habe schon genug getrunken. Was machst du denn? Lass ihn nicht von der Leine. Wie du willst. Och, lauter, lauter! Ja, Rinobel. Höchstpersönlich. Arasaka ist das letzte Hindernis zwischen sich und absoluter Macht eliminiert. Und die? Mehr geben. Arasaka, ein Imperium für die Ewigkeit. Bevor Yorinobu es von Erinnern angezündet hat. Alles bekam mit ihm. Die Fraktionen. Die Machtkämpfe. Das alles ist... So. Mh. Erstmal was zu essen. Warum hat Saburo das toleriert? Ich verstehe das nicht. Hätte seinen Sohn an der kurzen Leine halten können. Arasakasama war ein starker, disziplinierter Manger. Der stärkste, den ich je gekannt habe. Doch zeigt er im falschen Moment eine Schwäche. Für Yorinobu? Für seine Tochter. Als Yorinobu seine Wandel und seiner eigenen Familie den Krieg erklärte, hätte Arasakasama ihn einfach zerquetschen können. Aber er tat es nicht. Er wollte nicht, dass seine Tochter deswegen leidet. Als Yorinobu mit eingezogenem Schwanz zurückkam, überredete sie ihrem Vater, ihm noch eine Chance zu geben. Verschließt wohl. Anagasama hat Yorinobu vor den Konsequenzen seiner Taten gerettet. Guck mal, meine Hackmältchen sind weg. Warte, glaubst du, sie trägt eine Mitschuld an Saburos Mord? Ich glaube, wir alle sind schuld. Wir haben uns austricksen lassen. Doch jetzt korrigieren wir diesen Fehler. Zeit für etwas Aufklärung. Warte auf meinen Anruf. Alles klar. Sehr gut. So, dann lass uns mal gucken, dass wir was Produktives machen. Lass mal schauen, was haben wir denn noch. Ich würde mal einen kleinen Zeitquist noch reindrücken. Oh. Ah, Tarot Graffiti, da kann man ja mal gucken, ne? Haben noch nicht so viele gefunden. Ähm, 21, kriegen wir einen Hinweis. Ne, dann machen wir lieber was Handfestes, oder? Wo wir wirklich was zu tun haben. Nicht durch Zufall irgendwas finden. Okay, das ist aber ein bisschen weiter weg, glaube ich, oder? Mal gucken. Wir könnten hinfahren, wir könnten aber auch einfach uns hinbeamen. Mal gucken, wo ist der nächste? Keine Idee, wie man hier wegkommt. Doch da vorne, aber keine. Sehr gut. So, und wir wollen da rüber. Okay. Oh, nice. Okay. Jetzt nicht. Also, ein Nichtsnutz mit dem dämlichen Namen Eloise Dakin hat mich verarscht und die Stadt verlassen. Aber scheiß auf den Typen. Ich brauche die Daten, die er in NC zurückgelassen hat. Vor allem die auf seinem Laptop. Details im Anhang. Kümmer dich drum. Okay. Die D2 kriege ich ja so nicht weg. Mal eben kurz hier rauf gehen, oder? Also, die D2 kriege ich ja so nicht weg. Hätte ich da auf was hacken müssen, mal gucken So, da ich das immer noch nicht gerafft habe wie es funktioniert BD1C BD BD BD1C BD BD BD1C BD 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 BD1C BD BD1C BD BD1C BD BD1C BD1C Also da schießen alle mit Ok, das ist natürlich nicht so nett Komm bitte, Hypercrawler! Scheiße, ich... Das war's für heute. So, jetzt sollte man eine Knarre nehmen. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. So, irgendwo unten wird die wahrscheinlich liegen, oder? Irgendein Rechner. Ist auch mal hier irgendwo drin, oder? Oh, downstairs. Keine Ahnung. Bleibt da. Okay. Okay. Hmm. Hmm. So, wer weiß es, wer weiß es. Mal gucken, wo die ist. Oh, okay. Na komm. Können wir nicht mitnehmen? Schweinerei. So, ich habe keine Ahnung, wo wir noch suchen sollten. Mal kurz gucken. Also hier unten. Wir gehen mal hinten in die, wie sagt man? Ins Büro. Können wir auch nicht mitnehmen, ja? Weil ich sie schon habe. Hm. So, wie kommt man denn dahinter? Hm. Darauf bestimmt nicht, also. Warte. Das Ding hätten wir eben schon mitnehmen können. Oh nein. Okay. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wie kommen wir da hinten rein? Weil das Ding hier ist ja... Dahinter ist halt eigentlich das ganze Teil. Hm. Würde mir schon mal interessieren. Tacos. Hm. Einmal runter, oder? Oh, okay. 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 Junge, 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 so, haben wir hier denn alles dann jetzt, weil wenn wir natürlich die Datenbank da eben hätten schon mitnehmen können, ist ja echt ein bisschen blöd, ne, voll übersehen, peinlich. Eben kurz gucken, was hier so war. Ups. Nice. Ja, nicht gesund. Ist nicht gesund und das auch nicht. Wer hätte das gedacht? Konzerne oder nicht? Ohne Chrom sehen alle aus wie Kugel durch siebte Fleischsäcke. Wenn er da steht, komme ich da nicht hin, ne? Also gehe ich hier rum. So, lass uns ihn mal anrufen. Wie? Du bist doch wie, oder? Ja. Hast du die Datenbank gefunden? Du willst es wirklich wissen, was? Du redest nie, wo sie war. Das war eine richtige Scaff-Jagd. Sandra? Hallo? Bist du da? Hallo? Ja. Ich hab nur... Seit sie mir gesagt haben, was passiert ist, sehe ich sie überall. Ich dachte mir, dass sie sie haben. Aber ich hätte sie niemals selbst gesucht. Nicht nachdem. Ich rede mir ein, dass es vorbei ist. Dass sie jetzt weg sind. Hör mal, du bist Platin-Kundin beim Trauma-Team. Besser geht's nicht. Ich bin mir sicher, der Sickhammer-Exploit ist längst behoben. Stimmt. Aber wer weiß, was sich die Scaffs nächstes Mal ausdenken. Na ja, jetzt ist jedenfalls alles vorbei. Ich muss mich um ein paar wichtige Dinge kümmern. Willst du darüber reden? Ach, schon gut. Bring einfach die Datenbank in mein Apartment. Ich schicke dir gerade die Adresse. Danke. Lass uns vielleicht hier nochmal gucken. Okay. Ach, wir sind fertig, oder? Dann kann ich's ja benutzen. Was Interessantes nachrichten. Okay, raus. Kerzen sind immer wichtig. Gehen wir raus, oder? Warte. Was ist denn immer noch mit? Ah, Hallöchen. Wo kommst du denn her? War gerade unten. Willst du das erklären? Ich weiß nicht, was du da gesehen hast. Ich geh da nie runter. Ich weiß nichts. Die haben mich gezwungen. Ich bin ihre Geisel. Die meinten, wenn ich abhaue, bin ich der Nächste. Ich schwör's. Hab deine Post gelesen. Ich weiß, was los ist. Tja, ähm, also... Vielleicht hast du Interesse an einem Rabatt? Alles auf alles. Ein Rabatt, ha? Damit ich's so tue, als wüsste ich nicht, wie du an dein Zeug kommst. Äh, ja. Mhm. Kannst du dich überhaupt im Spiegel angucken? Nein. Fick dich. Äh, ich verstehe. Ja. Kannst du kurz hier warten? Ich hab was, das ich dir zeigen will. Eine Wumme. Und weg ist er. Kaffee hat er da gelassen. So, lass uns nochmal schauen hier. Können wir ihn nochmal irgendwie ein bisschen triezen? Boom. Aber mal ein bisschen was kaputt machen. Okay, pass auf. Er wartet auf mich. Will dir mal kurz was zeigen. Okay, 600. Ähm... Das heißt, ich hol mal lieber mein... ...Motorrad. Flup. Na komm. Manchmal muss man einfach irgendwo langfangen. Ah, dass wir parken, das ist ja un-schick. Okay. Aber ich will immer so gerne hier rumfahren. Und gucke eigentlich immer eher auf die Stadt, als dass ich jetzt auf den Verkehr achte. Das ist natürlich clever. So, hier Ryan. Was denn? Relax. So, wo ist das Apartment? Ein bisschen höher. Hm, okay. Nock, nock. Nock. Sandra, ich bin's. Wie? Ich hab deine Datenbank. Sandra, bist du da? Bist du allein? Ist dir jemand gewollt? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Nein, ich glaube nicht. Mach schon. Ich will die Tür nicht lang offen lassen. Mhm. Immer noch Schiss vor den Scavs? Eine Freundin von mir meinte, dein Gedächtnis wäre gelöscht. Die Scavengers? Nein, ich denke da eher an. Ach, ist auch egal. Hast du die Datenbank? Mhm. Hier. Keine Angst. Ist vollkommen intakt. Immer wenn jemand keine Angst sagt, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Du hast nicht zufällig mal kurz reingesehen, oder? Ich bin Profi. Immer diskret und loyal. Hm. Gut. Dann ist das für dich. Für deine Loyalität. Ich hab noch einen kleinen Diskretionsbonus drauf getan. Danke. Bis irgendwann dann. So, Maridiot. Aber wir gucken nochmal hier, ob Sandra nicht irgendwas Nices nachher rumliegen hat. Da hat sie zwar vielleicht keinen Bock drauf, dass wir hier alles trief fühlen, aber... So sind wir halt looten, was das Zeug hält. Okay, nix. Alles klar. Ja, muss los. Geh jetzt schon. Tschüssi. Tschüssi. Okay, cool. Dann würde ich sagen, ist es das für diese Session. Mehr gibt's beim nächsten Mal, okay? Also, bis denn. Tschau. Tschau. Vielen Dank.